Oh, der ist aber dicht dran. Herr Flo, in seiner Gruppe. Hallo? Ja, bitte. Wer spielt der zweite? Jürgen. Erstmal ausrollen. Jetzt erstmal ausrollen. Gewinner gegen den Letzten. Also ich und Jürgen fangen an. Ja. Gewinner gegen den Letzten. Ja. Wo war das? Nicht der Erste und Zweite. Nein, nein, nein. Nein. Bei Monis war es immer so, haben wir auch ausgefüllt. Halt der Erste gegen den Letzten gespielt. Ich bin Dritter. Ja, richtig. Also ich bin jetzt gegen einen. Er ist gegen den Letzten. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ja. Du gegen Jürgen. Du beiden. So, das fängt an, ne? So, haben wir es jetzt hier. Warte mal. Jetzt machen wir Startmatch. So, ich. Okay. Dann fängt es ein. Wird der Scheiß hier. Machen wir den Fenster mal wieder zu, was? Ja. Machen wir den Fenster mal nicht hier wieder zu, du. Ach, Fässer und Türen. So, was du? Ja. Genach spielt wer dann gegen wen? Gibt es das nicht auch so ein Turniermodus hier in dem Scheiß? Weiß ich. Ich habe schon über... Der Verlierer. Ne. Der Gewinner spielt gegen dich. Genau. Gegen mich. Dann sind zwei in der Verliererrunde. Dann müssen die gegeneinander spielen, um wieder in die Gewinnerrunde zu verändern. Dann ist das schon final. Wer ist er nicht? Ohne Kohle, ohne alles. Ohne alles. Ich fange ein. Jetzt fängst du erst mal. Oh. Ja, darf mal jetzt. Freifragscheißen bitte, ja? Freifragscheißen. Scheiße. Ich habe gleich ein Bein runter. Oh, 81. Das tut weh, Jungs. Nö. Überhaupt noch nicht. Nein, 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 nein. Ich bin mir also hier durch Eier schon weh. 38. 57. Ne. Ah, 60. Na ja, gut, egal. Was? Was machen wir hier? Nein, das ist das. Nein. Das ist das. Das ist das Almecker. Das ist nur schnell. Hier, da gehst du mal das Almecker. Da hinten links. Das linke. Das linke? Jo. Oh, danke. Jo, danke. Ja, du bist da weißt, mach ich Bock heute. Ja, mach ich nicht. Ich freue mich aber auch nicht so voll sind. So, da mache ich noch nicht. So, du gehst mit dem Pokal überreicht. Du hast Sprachlinge, ne? Ja, hier, diesen machen wir. Du hast Sprachlinge, ne? Ich habe, ist da weißt? Ja. Lass mich da rum. Okay. Das ist ja sehr scharf. Nimmst du das auch, oder was? Ja, klar. Ja, genau. Ja, genau. Hör mal. Hör mal. Doch ist es nicht ausgejackelt. Hör doch mal. Oben gehen sie wieder. Wo? Oben die Kamera. Gegen Tonner. Es geht doch jetzt aus dem Dings hier. Ach so. Ich bin dagegen gekommen. Ich bin dagegen gekommen. Ich bin dagegen. Nee. Doch. Und da haben wir ja schon. Aber ich habe ja schon was geboten. Ich habe immer, ich habe ja schon mal von euch gearbeitet. Ist ja schon immer habe ich. Ja, das war ja. Ich habe ja keine Trauermusik. Wir wollen ein bisschen Party. Da kommt aber doch. Na, wohnt man. Ja, wohnt man. Äh. Da singt aber jetzt auch noch irgend? Scheiße mit dem Ding hier. Wiederholen. Scheiße mit dem Port hier. Jetzt. Ja, ich würde ihn benutzen noch, ja, ne? View machen, ne? Dann haben wir es ja schon wieder. Dann darfst du aufwerfen. Wow. Bisschen verwendet, ey. Okay. So richtig, ne? Jo. Ey, komm, die Tür zu! Ja, danke. Das ist ja voller Fäder. Gehen können. Mal wieder auf. Gehen. Das ist jetzt wie eine Schwäge hier. Oh, oder auch nicht. 12. So, je nachdem ist aber ein wenig Schluss. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. 76 und 87. 89, ne? 76 und 9. 57. 67. You raise me up. Jüng, mach mich glücklich. Oh, den Doppelschiff, Gott sei Dank. Äh, 18, 36. Obwohl Jürgen verliert. Boah, ich kann das nicht mehr hören. Weil das spielen wir beide. Muss ich nicht gleich mehr gegen A1. 41. Und? Der wär arm, der wär heute. Ich stink mir aber nicht. Ich stink mir aber nicht. Schöne Runde. Ja, aber da kann man auch 120 machen, ne? Na ja. Hältst du mal die Presse? Ja, was soll ich denn sagen? Das ist einfach geil. Wenn man verliert, Jürgen. 45. Ja, aber da muss man auch mal sagen, er kann einfach keinen Galschiff. Ja, hinten auf keinen Fall. Bist du wahnsinnig? Ja, es gibt doch eine Rückrunde. Ne, die gibt's ja nicht, ne? Dann machen wir doch mit Hin- und Rückrunde. Ja. Wir haben einen Denkfehler. Wenn er jetzt gewinnt, muss ich gegen A1 spielen. Dann sind wir beide in der Verriere. Und dann müssen wir gegeneinander spielen. Und wir werden dann wieder in die Hauptrunde kommen spielen. Ne, 24. Ja, da wird zwei gewonnen. 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 Wohnamt. Donавnis 1.: Man. 3..30. Schöner. Ah, da schmeckt's. So. Er hat aber trotzdem mehr Punkte, die er pulzt. Ja. Oh, 255. 11 Punkte, da ist Christi jetzt, komm, das sind 31 Punkte, die wir haben, 33 Punkte. Ach nee, 28, ja, ist ja ein bisschen angekommen. Aber rein gekommen schon, aber nicht, wo ich. Jetzt bin ich schon beim Du angekommen, aber ich glaube, wir sind uns sehr nah willkommen. Ist das in Ordnung? Also, wenn du da jetzt nichts draus machst, dann tut es mir leid. Ich will ja jetzt keinen Druck aufbauen oder so, aber... Na, schön. So, also eigentlich wäre es blöd, wenn Sie den Bellen und der Partei ist, der FG-Brand. 96, ne? Aber ich sehe jetzt auch ein paar Hände, wahrscheinlich sind das die Hände. Ist das richtig? 161. Nee, sind der Partner zusammen? Da brauche ich gar nicht ansagen, steht da oben. Jetzt sind es 160. Aber gibt es hier ein paar Singeldamen? Äh, jetzt holen wir jetzt 100. Oh ja, das sind ja erstmal die Damen, ein paar gibt's schon. Oh, die Fresse, schiffert! Wie heißt das? Ja, das braucht nicht mehr. Schiffert nicht. Ja, das ist nicht mehr. 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 Äh, 71. Nee. Wie gehen wir uns jetzt noch aus, ja? 80, 70, 69 hast du geworfen. Ja? 1, 2, 3. Nee, 21 hast. Ähnlich. Was hast du geworfen? Ich habe 19 Rest. Äh. Da hast du, da hast du 19 Rest. 19 Rest. 71, 71. 71, ja. Ich habe 16, 37. Ich muss gerne den Rest stehen für uns. 16, 37. Ich kriege um 19 Rest. Ihr seid beide ungerade, das ist nicht mehr für euch. Ihr legt euch jetzt euer Vater. Der ist sicher. 16 Rest. Ja? Ihr versetzt euch in euren... Oh, 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 oh. Ja, bleibt doch locker hier. Wohnzimmer, wachzimmer. Oh, 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 oh. Ja? 15 gehoffene. Ja, wie kann ihr gerne sein? Wie geht das denn? Wann ist das knapp, ey? Es muss aus dem Bauch, aus dem Herzen herauskommen, wo auch immer jetzt jetzt rausholen. Wer möchte, das ist hier richtig krass. Richtig was? Ich möchte eine Gänsehaut bekommen. Mach da her, mach da. Ja, mach da. Ich setze wirklich alles auf. Oh. Und ein, zwei, drei. Tja, Junge. Deine Chance. Ohh. Ist gut. Was willst du, Erik? Gut, dass auch keine Wände machst. Mit aus. Das war geil. Ist egal, komm. 5 Rest. 4 Rest. Liebe Herren, jetzt ein Bier dran. 4 Rest. Ja? Komm mal, Jürgen! Voller Leidenschaft, voller Emotionen. Ja! Ja, ist das geil! Ist das geil? Das muss man aufschlagen, hast du das? So, da ist der Zettel. Machst du jetzt bei dir quasi 0. Bei Jürgen 1 Strich. Jürgen 1 Strich. 1 Strich. Jetzt muss ich 0 gegen Jürgen. Jürgen schreibe ich 0. So, jetzt habe ich Kai verloren. Bist in der Verliererung. Jetzt muss ich gegen dich nochmal spielen. Wenn ich jetzt gewinne, spielst du gegen Jürgen? Nein. Ja, jetzt spiel ich normalerweise gegen Jürgen. Ja, genau, ja. Muss ich ja. Um dann zu gucken, ob ich auch in eine Verliererung gekommen bin. Und dann spiel ich wieder Quasi gegeneinander. Wenn du verlierst, der Verlierer spielt nochmal gegen mich jetzt, ne? Genau, natürlich. Und dann kommst du wieder in die Gewinner-Runde. Also, aber wenn ich jetzt gewinne, der ist für mich ja auch in der Hauptrunde. Ja, klar. Da müssen wir nämlich jeder gegen jeden nochmal spielen. Immer da!